Weihnachten steht vor der Türe und das Jahr 2020 neigt sich schon wieder dem Ende zu. Ich habe euch im heutigen Video meine Watchlist für den letzten Monat des Jahres zusammengestellt. Hierbei gehe ich auf Vata, Ryanair, Movi, Xiaomi und Ginkgo Solar ein. Die Frage, die sich mir dabei stellt, ist da auch ein Weihnachtsgeschenk für dich mit dabei? Und damit auch ein Hallo und herzlich Willkommen bei So geht Börse. Ich bin natürlich immer noch der Patrick und falls du auch zukünftig Interesse an spannenden Aktienanalysen hast, dann klicke doch hier unten ganz kurz auf den Abonnieren-Button und du verpasst kein neues Video mehr von mir. Ich würde mich jedenfalls darüber freuen. Bei meinem ersten Titel handelt es sich um Vata. Der Batteriehersteller hatte ja ein relativ durchwachsenes Jahr, zumindest vom Kursverlauf her. Insgesamt steht aktuell seit dem Jahresbeginn ein Kursverlust von etwas mehr als 10% zu Buche. Doch das könnte sich bis zum Jahresende nochmals deutlich ändern. Aktuell ist die Nachrichtenlage von Vata eher durchwachsen. Zum einen veröffentlichte das Unternehmen aufgrund dem Trend für kabellose Headsets bzw. Kopfhörer starke Zahlen für das dritte Quartal und hob die Jahresprognose entsprechend an. Dieser Trend sollte sich nochmals beschleunigen und Vata stellt hierfür ja die aufladbaren Knopfzellen her. Das Problem, was bei Vata aktuell den Kurs etwas drückt, ist der hohe Anteil an Short-Positionen sowie einer Kurszielsenkung des Analystenhauses Stifle Europe. Sie senken die Aktie von Buy auf Sell mit einem neuen Kursziel von 97 Euro nach einem vorangegangenen von 145 Euro. Aufgeführt wurde hierfür vor allem der steinige Konkurrenzdruck aus Asien. Herbert Schein, der Vorstandsvorsitzende von Vata, antwortete auf den steigenden Konkurrenzdruck jedoch, dass sie die Konkurrenten entsprechend ernst nehmen und beobachten, allerdings heute eine Produktionskapazität bei Lithium-Ionen-Coinzellen haben, die größer ist als die der Konkurrenten komplett zusammengenommen. Was in Zukunft dann zusätzlich noch für weitere Kursfantasie sorgen könnte, ist der potenzielle Einstieg in die Batterieherstellung für Elektroautos. Fertige Batteriezellen sind bereits vorhanden, diese muss lediglich noch in Masse produziert werden und hierzu wird dann lediglich noch ein Partner benötigt. Das würde dann die Vata-Aktie auf ein ganz anderes Bewertungsniveau mit sich bringen bzw. hochkatapultieren. Bevor ich dann gleich zur charttechnischen Situation komme bzw. wie ich mit der Aktie umgehe, noch ganz kurz an dieser Stelle der Risikohinweis, pausiert das Video gerne, schaut ihn euch in Ruhe durch und dann sehen wir uns gleich bei den Kursen bzw. beim Kursverlauf wieder. Betrachten wir uns nun den Kursverlauf von Vata etwas genauer, so stellen wir fest, dass seit dem Corona-Tief die Aktie sich massiv erholen konnte. Allerdings seit dem Erreichen des neuen Allzeithochs bei ca. 136 Euro ging die Aktie dann in eine Konsolidierungs- bzw. Korrekturbewegung über. Hierbei bildete die Aktie einen Abwärtstrendkanal, welcher von Grund auf erstmal solide aussieht, eine gesunde Korrekturbewegung nach diesem starken Anstieg. Was ich nun suche, ist weitere Einstiegszeitpunkte bzw. weitere Einstiege. Ich habe bereits eine Trading-Position bei Vata aufgebaut. Das müsste in diesem Bereich hier eben gewesen sein. Und zudem habe ich nun eine zweite Tranche entsprechend hier aufgebaut, falls die Aktie denn nun direkt nach oben durchstarten sollte. Denn mittlerweile signalisiert die Slow Stochastic einen stark überverkauften Zustand, weswegen die Aktie grundsätzlich erneut ansteigen könnte. Und in einem solchen Anstieg wäre grundsätzlich das Potenzial, sofern dann eben die Widerstandszone zwischen 114 und 122 Euro nachhaltig überwunden wird, dass dann auch dieser Abwärtstrendkanal überwunden werden kann. In einem solchen Fall gehe ich davon aus, dass diese laufende Aufwärtstrendbewegung auch weiter fortgesetzt wird und wir Kurse von 160 auf Sicht von mehreren Wochen und Monaten erreichen können. Allerdings halte ich mir die Möglichkeit noch offen, falls die Aktie eben entsprechend dieses Szenario ansteuert und die Unterkante des Abwärtstrendkanals nochmals erreicht, bei ca. 95 Euro. Das entspricht in etwa auch dem 50er Fibonacci Retracement, dieser laufenden Aufwärtsbewegung in Kombination zum einfachen Durchschnitt der vorangegangenen 200 Handelstage. Wird dieser Unterstützungsbereich angesteuert, dann baue ich meine laufende Tradingposition, wie bereits angesprochen, nochmals antizyklisch auf und rechne dann entsprechend mit diesem Szenario. Sollte dieses Szenario nicht eintreffen, für diesen Fall habe ich entsprechend meine laufende Tradingposition eben schon direkt aufgestockt. Wird dieses Szenario angesteuert und die Aktie sollte sich hier nicht stabilisieren können, wäre die nächste Anlaufstelle im Bereich von 83 bzw. 84 Euro beim 61,8er Fibonacci Retracement in Kombination zum Bereich dieses lokalen Tiefs hier von Anfang bzw. Mitte Juni 2020. Ich habe übrigens auch schon auf ein solches Szenario auf meinem Instagram Account darauf hingewiesen und auch meinen Trade bekannt gegeben, kurz nachdem ich ihn durchgeführt habe. Solche Trades bzw. meine Käufe und Verkäufe bespreche ich immer auf meinem Instagram Account. Falls du diesem also noch nicht folgen solltest, würde ich mich darüber freuen, wenn du da mal kurz vorbeischaust. Vielleicht ist das ja auch spannend für dich. Bei meinem nächsten Titel handelt es sich um Ryanair. Die Billigfluggesellschaft mit dem Sitz in Dublin ist nach den Passagierzahlen nach der Lufthansa die zweitgrößte Fluggesellschaft Europas. Im Jahr 2019 fertigte die Ryanair-Gruppe zusammen rund 152 Millionen Passagiere ab. Natürlich ist das Jahr 2020, um es vorsichtig auszudrücken, nicht unbedingt das beste Jahr um Reisen und somit auch nicht für die Fluggesellschaften. Dementsprechend handelt es sich bei Ryanair in erster Linie um einen Jahr, sagen wir, Corona-Verlierer. Allerdings ist das Unternehmen ein Spezialist dafür, die Kosten zu drücken, was wiederum einen Vorteil gegenüber den Wettbewerbern darstellt. Zudem erscheinen immer mehr Impfstoffe gegen das Coronavirus, weswegen in Zukunft auch der Reiseverkehr wieder zunehmen kann. Das Unternehmen rechnet mit einer spürbaren Erholung des Luftverkehrs für den kommenden Herbst und für das nächste Jahr rechnet die Airline insgesamt mit zwischen 180 und 130 Millionen Passagieren. Schauen wir uns nun den Kursverlauf von Ryanair etwas genauer an, um dann auch gegebenenfalls potenzielle Ein- und Ausstiegsszenarien identifizieren zu können. Grundsätzlich sehen wir hier den Tagesverlauf, das heißt eine Handelskerze entspricht einem Handelstag und hierbei stellen wir natürlich vor allem zuerst fest, dieses massive Aufwärtsgap, welches Ryanair durchlaufen hatte, nachdem eben diese Impfstoff-Nachricht von Moderna und Biotech herausgekommen ist. Seitdem bewegt sich die Aktie in einer verengten Seitwärtskonsolidierung. Was allerdings spannend ist, dass die Aktie mittels diesem Aufwärtsgap über diese vorherigen Allzeithochs bzw. Hochs aus dem Jahre 2017 sowie 2019 ansteigen konnte. Das heißt, die Aktie konnte diese Widerstandszone zu einer nun einer Unterstützungszone machen und diese bereits überwinden. Mein Szenario ist nun, wenn die Aktie diese Seitwärtskonsolidierung nachhaltig nach oben verlässt, also mit der oberen Begrenzung bei ca. 107 bzw. 108 US-Dollar, dann gehe ich davon aus, dass diese laufende Erholungsbewegung auch weiter fortgesetzt wird. In einem solchen Fall rechne ich dann mit einem sukzessiven Anstieg bis ca. 120 bzw. 130 US-Dollar. Dieses Aufwärtsszenario wäre grundsätzlich so lang intakt, wie sich die Aktie eben nachhaltig oberhalb dieser Unterstützungszone aufhalten kann, mit der unteren Begrenzung bei ca. 97 US-Dollar. Sollte diese in einem solchen Fall nachhaltig nach unten verlassen werden, wäre grundsätzlich mit weiter fallenden Kursen dann zu rechnen. In einem solchen Fall wäre dann davon auszugehen, dass diese Aufwärtslücke bzw. dieses Aufwärtsgap mit der Unterkante bei ca. 88 US-Dollar geschlossen werden würde. Ich persönlich bin noch nicht bei dieser Aktie investiert und auch noch nicht im Trading-Depot vertreten. Sollte dieses Szenario also ausgelöst werden, wäre ich aus jetziger Sicht bereit, eine Trading-Position aufzubauen. Bevor ich dann gleich mit meinem nächsten Titel für die Watchlist für den Monat Dezember weitermache, ganz kurz was in eigener Sache. Falls euch gefällt, was ich tue, könnt ihr mich auf unterschiedliche Art und Weise unterstützen. Zum einen, indem ihr einen Daumen hoch auf dieses Video gebt zum Beispiel oder falls ihr es noch nicht getan habt, den Kanal zu abonnieren. Aber auch auf der anderen Seite möchte ich euch hier auch mitteilen, dass ich auch auf weiteren Kanälen aktiv bin. Beispielsweise auf dem Instagram-Channel, wo ich ja bereits angesprochen habe. Hier gebe ich entsprechende Live-Updates und Live-Trades bekannt, aber auch auf Facebook mit einer Seite und einer Gruppe. Hier werden schriftliche, ausführliche, charttechnische Beiträge verfasst und auch hier steht der gemeinsame Austausch mit der Facebook-Gruppe im Vordergrund. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr hier kurz vorbeischauen würdet. Und nun kommen wir auch schon zu meinem nächsten Titel für den Monat Dezember und hierbei handelt es sich um Movi. Movi ist und bleibt der größte Zuchtlachsproduzent der Welt. Allerdings zählt er derzeit noch eher als einer der Corona-Verlierer, dadurch, dass Lachs ja traditionell stark von Hotels und Restaurants nachgefragt wird. Diese Nachfrage ist ja bedingt durch die Folgen der weltweiten Lockdowns deutlich zurückgegangen. Dementsprechend kam die Nachricht über die Impfstoffe von Moderna und BioNTech für das Coronavirus entsprechend positiv bei der Aktie an. Die Nachfrage sollte dementsprechend auch langfristig dann wieder anziehen. Denn der langfristige Trend zur gesunden Ernährung und proteinreicher Ernährung vor allem ist weiterhin intakt. Zudem wächst die weltweite Bevölkerung weiter in Richtung der Marke von 10 Milliarden und gleichzeitig ist der Platz für Weideland, für entsprechende andere proteinreiche Ernährung entsprechend auch begrenzt. Weiterhin ist die Unternehmensstrategie die Etablierung der Marke Movi, um sich entsprechend auch unabhängiger von den Großhandelspreisen für Lachs aufzustellen. Das Ziel ist es dabei, beispielsweise noch mehr in den Supermärkten platziert zu werden, durch beispielsweise Probier-Events. Falls du übrigens weitere und detailliertere Infos über die Movi-Aktie erhalten möchtest, dann habe ich dazu bereits auch ein ausführliches Video auf meinem YouTube-Kanal bereitgestellt. Dieses findest du unten in der Videobeschreibung. Dort habe ich den Link entsprechend hinzugefügt, dass du es dir im Nachgang des Videos dann auch noch anschauen kannst. Grundsätzlich befinden wir uns hier jetzt bei Movi im Kursverlauf, im langfristigen Kursverlauf. Das heißt, eine Handelskerze entspricht hierbei einer Handelswoche. Was wir hierbei feststellen, ist, dass die Aktie hier einen massiven Kursrücksetzer in den vergangenen Monaten hatte, aufgrund von Corona entsprechend. Die Aktie bildete dann entsprechend einen Abwärtstrend, an dem sich die Aktie hier entsprechend die letzten Handelswochen immer wieder entlanggehangelt hatte nach unten. Zudem stellen wir ebenfalls fest, dass sich die Aktie hier am 38,2er Fibonacci Retracement dieser kompletten Aufwärtsbewegung seit dem Jahre 2011 entsprechend befindet und hier ein lokales Tief bildete. Nun entsprechend ein vermeintliches Doppeltief. Was wir hier feststellen, ist, dass die Aktie nun entsprechend stark nach oben reagiert hatte und diesen Abwärtstrend aufgrund dieser veröffentlichten Nachricht, dass ein Corona-Impfstoff gefunden wurde, nachhaltig nach oben durchbrochen hatte. Von hier aus startete die Aktie dann entsprechend eine Aufwärtsbewegung bis zur Unterkante dieser Widerstandszone von 190 bis 198 norwegischen Kronen. Von hier aus wurde dann entsprechend eine erste Gegenbewegung eingeleitet mit einer potenziellen Pullback-Bewegung zu diesem Abwärtstrend. Ich persönlich habe Movi in meinem langfristigen Depot bereits seit längerer Zeit. Hierbei bietet sich dann nun an, diese laufende Investmentposition weiter aufzustocken bzw. eine erste Tranche aufzubauen. Grundsätzlich gehe ich dann nun davon aus, sollte diese Widerstandszone eben sukzessive nochmals angesteuert werden und dann auch nachhaltig überwunden werden, dass dieser langfristige Aufwärtstrend auch weiter fortgesetzt wird. Kurse von ca. 237 norwegischen Kronen, also im Bereich des Allzeithochs, wären dann auf langfristiger Basis denkbar und auch eine, wie gesagt, übergeordnete Trendfortsetzung mit weiteren Allzeithochs. Sollte die Aktie sich allerdings nicht in diesem Unterstützungsbereich hier stabilisieren können von ca. 155 norwegischen Kronen, dann droht auch ein weiterer Abverkauf bzw. eine fortgeführte Abwärtsbewegung bis zum 50er Fibonacci Retracement bei ca. 129 norwegischen Kronen. Hier würde sich dann der weitere Ausbau der laufenden Investmentposition bzw. eine zweite Tranche entsprechend dann auch anbieten. Bei meiner nächsten Aktie handelt es sich um Xiaomi. Xiaomi ist ja ein heiß diskutierter Wert und veröffentlichte zuletzt seine Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal. Das Vorlesen der Quartalszahlen möchte ich euch an dieser Stelle in dem Kontext dann auch ersparen, das wird an anderer Stelle schon häufig genug gemacht. Ich persönlich bin jedoch von den Zahlen überzeugt, es konnte nämlich ein massives Wachstum beim Umsatz, nämlich von 35% und ein Gewinn, der mehr als verdoppelt wurde, erzielt werden und das signalisiert mir, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist. Große Marktanteile durch günstige, aber qualitativ hochwertige Smartphones zu erzielen, um im Anschluss die höher marschigen Services anzubieten. Wichtig ist, dass das Unternehmen auch massiv außerhalb von China wachsen könnte und zudem ist Xiaomi die weltweit größte IoT-Plattform für Verbraucher mit mehr als 150,9 Millionen Smartgeräten, ausgenommen von Smartphones und Laptops. Durch diese IoT-Plattform im Kern der Geräte lassen sich dann die einzelnen Geräte dann auch miteinander verbinden und Daten miteinander austauschen. Und nun befinden wir uns auch schon bei der charttechnischen Situation von Xiaomi und hierbei stellen wir fest, dass die Aktie sich zuletzt, also in den letzten Monaten seit September in einer Konsolidierungsbewegung bewegt hatte, nämlich in Form einer Keilformation. Diese Keilformation wurde im Zuge der Quartalszahlen, beziehungsweise im Vorfeld zu den Quartalszahlen, zunächst nachhaltig überwunden, nämlich mit einem starken Aufwärtsgap, allerdings am Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen geriet die Aktie deutlich unter Druck. Ich habe diese Möglichkeit genutzt, um meine laufenden Positionen weiter aufzustocken, denn ich gehe nun persönlich davon aus, dass die Aktie hier in Form einer ja größeren Zeitwärtskonsolidierung im Bereich der Oberkante der Keilformation konsolidieren wird und somit seine überkaufte Situation in der Slow Stochastic sukzessive erbaut. Im Anschluss gehe ich dann davon aus, dass diese laufende Aufwärtstrendbewegung auch weiter fortgesetzt wird mit Kurszahlen von 3,5 beziehungsweise 4,08 Euro. Hier befindet sich zum einen das 100er Fibonacci Extension dieser laufenden Aufwärtsbewegung, repliziert an das letzte lokale Tief in diesem Bereich hier. Beim zweiten Kursziel befindet sich entsprechend das 138,2er Fibonacci Extension. Für den Fall, dass die Aktie nun eine größere Kurskorrektur anstreben sollte, befindet sich das nächste Unterstützungslevel bei ca. 2,50 Euro. In diesem Bereich würde ich dann voraussichtlich meine laufenden Positionen nochmals minimal aufstocken und für den Fall, dass die Aktie dann nach dem Ansteuern dieses Unterstützungsbereichs diese dann potenzielle Kurskorrektur noch weiter aufstocken sollte, beziehungsweise ausbauen sollte, bis in den Unterstützungsbereich von 2 Euro, würde ich dann in diesem Fall dann nochmals deutlich meine Positionen aufbauen. Denn auch hier bin ich langfristig von Xiaomi überzeugt und möchte an diesem Unternehmen weiter partizipieren. Und nun kommen wir auch schon zu meinem nächsten Titel, nämlich Cinko Solar. Cinko Solar ist der größte Solarmodulhersteller der Welt und genauso groß war auch die Performance in den vergangenen Monaten. Die Aktie durchlebte hierbei einen massiven Kursanstieg aufgrund diverser Hoffnungen und Nachrichten. Eine davon ist der Börsengang der Tochter Jiangxi Cinko. Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Hierbei sollen entsprechend 458 Millionen US-Dollar eingenommen worden sein und dieses Geld soll dann wiederum in weiteres Wachstum und den Ausbau der Produktionskapazitäten gesteckt werden. Zudem zählt auch der neue US-Präsident Joe Biden als eher klimafreundlich und will den Ausbau erneuerbarer Energien entsprechend auch fördern. Zudem will China bis 2060 komplett klimaneutral sein und auch hiervon könnte Cinko natürlich profitieren. Im Vergleich zu den Wettbewerbern ist übrigens auch noch bewertungstechnisch etwas Luft nach oben. Und wenn wir uns nun den Kursverlauf der Aktie im Tageschart, also einer Handelskerze entspricht hierbei einem Handelstag, etwas genauer anschauen, dann stellen wir hier diesen massiven Kursanstieg der vergangenen Handelsmonate fest. Seit dem Hoch im Bereich von ca. 90 US-Dollar ging dann die Aktie in eine Konsolidierungs- bzw. Korrekturbewegung über. Im Zuge dieser Korrekturbewegung habe ich meine laufenden Trading-Positionen entsprechend aufgebaut. Im Bereich hiervon habe ich meine erste Position aufgebaut und nun hier in diesem Bereich die zweite Tranche. Nun hangelt sich die Aktie an diesem Abwärtstrend seit diesem Hoch bei ca. 90 US-Dollar entlang nach unten. Allerdings wird dieser Abwärtstrend nun nachhaltig nach oben durchbrochen, befindet sich das nächste Kursziel im Bereich von ca. 80, also diesem Zwischenhoch hier und das zweite Kursziel bei diesem laufenden Hoch dieser Aufwärtsbewegung bei ca. 90 US-Dollar. Allerdings wäre dies ein Signal zur übergeordneten Aufwärtstrendfortsetzung, weswegen ich dann auch davon ausgehe, wenn nun dieser Abwärtstrend nachhaltig überwunden werden kann, dass auch neue Hochs im Bereich von 100 oder sogar höher angesteuert werden. Deshalb habe ich auch meine laufenden Trading-Positionen bereits schon aufgebaut und würde gegebenenfalls, sofern dieser Abwärtstrend nachhaltig überwunden wird, weiter aufstocken. Allerdings muss bei Cinko Solar berücksichtigt werden, dass es sich hierbei um einen hochvolatilen Titel handelt, das heißt die Schwankungsbreite der Aktie ist etwas höher. Sollte die Aktie dementsprechend weiter unterhalb diesem Abwärtstrend notieren, ist grundsätzlich auch weiterhin nochmals von weiter fallenden Kursen im kurzfristigen Kontext auszugehen. Die nächste Unterstützung befindet sich dementsprechend hier bei ca. 57 US-Dollar und sollte diese Unterstützung hier aufgrund dieser letzten lokalen Tiefs der Konsolidierungsbewegung unterboten werden, wäre grundsätzlich nochmals davon auszugehen, dass Kurse von ca. 49,60 oder sogar 39,60 US-Dollar angesteuert werden könnten. Grundsätzlich jedoch gehe ich davon aus, dass ein solcher Breakout schon erfolgen könnte, denn auch die Slow Stochastic signalisiert auch hier erste Kaufsignale. Und nun wäre ich auch schon am Ende mit der Vorstellung einiger meiner spannenden Titel für den Monat Dezember. Natürlich handelt es sich hier nicht um meine komplette Watchlist, würde ich diese komplett vorstellen, wäre wahrscheinlich der Rahmen des Videos gesprengt worden. Diese werde ich nun sukzessive auch immer wieder auf meinem Instagram-Account durchsprechen, Nun würden mich allerdings brennend eure Titel auf eurer Watchlist interessieren. Schreibt sie mir unten doch gerne in die Kommentare, vielleicht werde ich auch ein Video dazu in den kommenden Videos dann erstellen. Ansonsten freue ich mich bereits auf das nächste Video mit euch und sage an dieser Stelle Ciao, Servus, macht's gut, auf gute Rendite, euer Patrick.